Die 2.3a von Obermatt unterscheidet sich in verschiedenen Aspekten von dem, was heute auf dem Markt ist. Der erste Aspekt ist, alles was heute auf dem Markt ist, sind Fonds. Das heisst, Finanzprodukte, wo man sein Geld muss rein tun, wo man nicht genau weiss, was passiert und was irgendwann mal wieder rauskommt. Das machen wir bei Obermatt schon komplett anders. Wir lassen alle Wertschriften im Depot des 3a Kunden. Er weiss also ganz genau, was er hat. Der zweite grosse Unterschied ist, dass wir die Kosten komplett transparent machen und bei den Kosten viel, viel tiefer sind als die Konkurrenz. Wenn er selbst Geld anlegt, ohne Steuerbegünstigung, hat er schon heute die Möglichkeit, mit günstigen Anbietern, mit günstigen Wertschriftenhändlern, sehr günstig sein Geld zu verwalten, wenn er das will. In der dritten Säule hat er keine Alternativen. In der dritten Säule muss man, man ist zu verdammt, extrem viel für eine Anlage zahlen. Obermatt macht das selber anlegen so einfach, dass man sein Geld nicht mehr dem Altersvorsorgesystem geben muss, sondern komplett allein bewirtschaften. Und das hat zwei ganz grosse Vorteile. Das erste ist, man weiss, wo das Geld hingeht. Man hat mehr Freude daran, weil man die Kontrolle hat, wo das Geld hingeht. Und das zweite ist, man hat viel, viel weniger Kosten. Und jetzt muss man es einfach nur machen. Wir leen auf, was wir, die in der dritten Säule sind. Untertitelung des ZDF, 2020